FIFA 22 Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und jedes Jahr erscheint ein neues FIFA, mal mit mehr und mal mit weniger neuem Content. Der diesjährige Teil übernimmt die Spielmodi des Vorgängers und konzentriert sich eher auf die mechanischen Elemente des Spiels. So warten noch bessere Torhüter, eine verbesserte Ballphysik und dynamische Sprints auf euch. Alan Wake Remastered Mit der überarbeiteten Version des Mystery Action Adventures kommt Alan Wake das erste Mal auf eine Sony Konsole. Als Buchautor Alan Wake begibt sich der Spieler auf die Suche nach seiner verschwundenen Frau und gerät dabei an die Grenzen seines Verstandes. Entwickler Remedy Entertainment bringt uns das gesamte Spiel plus DLC in frischem 4K. Far Cry 6 Nach dem sonnigen Hope County geht es im neuen Far Cry tief in die Truppen, wo es Diktator Anton Castillo zu stürzen gilt. Mit dabei sind allerhand tierische Begleiter und größtenteils das vom Franchise bekannte Gameplay. Ob ihr die Truppen als Mann oder als Frau befreien wollt, obliegt dabei völlig euch. Back for Blood Left 4 Dead ist zurück und nennt sich nun Back for Blood. So könnte man den neuen Koop-Zombie-Shooter am schnellsten zusammenfassen. Während der Open Beta konnte man sowohl die Qualitäten als auch die Baustellen ausmachen und man darf hoffen, dass Turtle Rock das grundsolide Spiel bis zum Release noch ordentlich verfeinert hat. Disciples Liberation Freunde düsterer Erzählungen, aufgepasst, hier kommt Disciples Liberation, Kalypsos neuestes Dark Fantasy Epos. Freut euch auf über 80 Stunden Gameplay mit ordentlich Tiefgang und Umfang und trefft jede Menge Entscheidungen. Schaut Verbündete um euch, stellt eine eigene Armee auf, bezwingt Bestien in epischen Schlachten, meistert über 270 Quests, um die verheerten Länder Nevendars vom Übel zu befreien. The Dark Pictures Anthology House of Ashes Die Dark Pictures Serie geht weiter. Nach Man of Medan und Little Hope kommt nun der nächste Ableger der launigen Horror Serie. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler dieses Mal ein paar mehr Entscheidungsmöglichkeiten eingebaut haben, die auch wirklich einen Impact auf die Story haben werden. Gruselig wird es wohl allemal. Marvel's Guardians of the Galaxy Braucht die Galaxie Helden? Sind die Guardians of the Galaxy nicht weit entfernt. In Square Enix zweitem großen Marvel-Projekt spielen wir Draufgänger Peter Quill. Zusammen mit seinen Kameraden Groot, Drax, Gamora und Rocket kämpft sich der Star-Lord auf der Suche nach Abenteuern und Profit durchs All und gerät mit so manchem Gegner aneinander. Riders Republic Erinnert ihr euch noch an Steep aus dem Jahre 2016? Ebenfalls aus dem Hause Ubisoft drehte sich dieses Game um ein fiktives Skigebiet, in dem man sich mit Skiern, Snowboards und Wingsuits austoben konnte. Das Ganze erwartet euch jetzt eine Dimension weiter gedacht, plus Bikes, plus jede Menge Modi, gewaltig viele Online-Features und eine wirklich riesige Open World. Age of Empires 4 Nach sage und schreibe 16 Jahren kommt nun endlich ein neuer Teil der beliebten Age of Empires Reihe. Zurück zum Mittelalter-Setting, zurück zu den vier Rohstoffen und hoffentlich zurück zu Altersstärke. Zu Beginn werden vier Kampagnen zur Verfügung stehen, die Entwickler haben jedoch einen stetigen Nachschub versprochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017